Prüfungstraining Deutsch-Test für Zuwanderer CD1 Copyright Cornelsen Verlag Berlin 2010 Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Das Gleiche gilt für das Programm sowie das Begleitmaterial. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu den § 46, 52a Urheberrechtsgesetz. Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung überspielt, gespeichert und in ein Netzwerk eingestellt oder sonst öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für Intranetz von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen. Modelltest 1 – Hören und wh 관련 Kostner Was ? Das ho�. Was ? Was ? Was ?